Hallo und herzlich Willkommen zum Rude singen Kalender 2021. Heute am 9. September haben wir ein Lied zum träumen, zum Dahinschmelzen, wunderbar zum mitsingen. Berühmt wurde es durch Lale Andersen. Ich vermute, ihr habt es alle schon erkannt. Es ist Lili Marleen. Viel Spaß beim mitsingen. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davon. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Unsere beide Schatten sahen wie eine aus. Was wir uns so lieb hatten, das sah man gleich aus. Und alle Leute sollen sehen, wenn wir bei den Laternen stehen. Wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Aus dem stillen Raum, aus der Erde Grund, heb mich wie im Traum dein verliebter Mut. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst der Liebmarin, wie einst der Liebmarin. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen 9. September und freuen uns auf ein Wiedersingen. Und wann das nächste Rudelsingen in deiner Nähe startet, das findest du auf rudelsingen.de. Alles Gute und bis bald. Tschüss. Amen. 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 Amen.